Liebe Erstsemester, zu Ihrem Studienbeginn im Studiengang Rechtswissenschaft bei uns am Fachbereich Rechtswissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Martin Zwickel, ich bin Studienfachberater am Fachbereich Rechtswissenschaft der FAU und als solcher zuständig für all Ihre Fragen, die sich beim Studienbeginn stellen. Möglicherweise haben Sie sich Ihren Studienbeginn anders vorgestellt. Vielleicht haben Sie gedacht, Sie könnten einfach in dieses Gebäude hinter mir das Erlanger Juridikum hineinspazieren und dort Ihr Studium der Rechtswissenschaft im Wintersemester 2020-21 beginnen. In der Corona-Pandemie ist leider vieles anders, auch für uns. Wir müssen Ihnen daher relativ viele digitale Angebote machen. Ich kann Ihnen aber versichern, wir geben uns ganz besondere Mühe, diese Angebote für Sie so gut wie möglich zu gestalten und Ihnen den Studienbeginn so einfach wie möglich zu machen. Als Einführung in das Jura-Studium haben wir mehrere Angebote für Sie vorbereitet, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Das Standardangebot ist die Einführung in das Studium der Rechtswissenschaft in digitaler Form. Zugang zu diesem digitalen Angebot erhalten Sie ganz einfach über den Stud-On-Bereich, in dem Sie sich jetzt gerade schon befinden. In diesem Angebotsteil gibt es alle wichtigen Informationen zur Studienorganisation, Informationen zu den Studieninhalten und auch ganz, ganz viele zusätzliche Hinweise zu Ergänzungs- und Unterstützungsangeboten bei unserem Fachbereich Rechtswissenschaft. Dieses Angebot wird Ihnen ab dem 12. Oktober 2020 auf Stud-On zur Verfügung stehen. Es reicht sich einfach für dieses Angebot kurz anzumelden und den entsprechenden Seiten beizutreten. Zusätzlich gibt es im Wintersemester 2020-21 auch eine Einführung in das Studium der Rechtswissenschaft vor Ort bei uns im Erlanger Juridikum. Natürlich halten wir uns im Rahmen dieses Angebots an die geltenden Hygienebestimmungen. Das heißt, die Gruppen für diese Einführung werden sehr klein sein und Sie können auch an diesem Einführungsangebot nur nach vorheriger Anmeldung teilnehmen. Dieses Angebot ist für Sie geeignet, wenn Sie sich einmal ein Bild vom Erlanger Juridikum verschaffen wollen und einmal etwas Uniluft schnuppern wollen. Alle wesentlichen Informationen erhalten Sie, wie bereits erwähnt, aber auch in digitaler Form, sodass Sie keinesfalls gezwungen sind, dieses Angebot auch zu nutzen. Es ist also ein freiwilliges Zusatzangebot, das wir Ihnen bieten wollen, weil wir gut nachvollziehen können, dass es schwierig ist, in das Studium zu starten, ohne einmal vor Ort gewesen zu sein. Was gibt es im Rahmen dieses Angebots? Dieses Angebot besteht aus einer Begrüßung durch die Studienfachberatung und den Studiendekanen des Fachbereichs Rechtswissenschaft. Es werden FAQs zur Studienorganisation präsentiert und anschließend findet ein erstes Treffen mit einem Tutor bzw. einer Tutorin statt. Und ganz, ganz kleine Gruppen von maximal zehn Personen ziehen dann los auf eine kleine Stadtführung durch Erlangen. Alles natürlich unter Einhaltung der derzeit gebotenen Mindestabstände und Hygieneauflagen. Dieses Angebot findet zwischen dem 19.10.2020 und dem 30.10.2020 nach vorheriger Anmeldung in einem speziellen Bereich hier auf Stuttorn statt. Ein drittes Unterstützungsangebot für unsere Studienanfänger ist das wöchentliche Tutorium für Studienanfänger. Dieses wöchentliche Tutorium wird digital oder präsent stattfinden. Sie haben dabei die Wahl, ob Sie eine digitale Kleingruppe wählen oder ob Sie Ihre Kleingruppenveranstaltung lieber in Erlangen absolvieren möchten. In den Tutorien findet während des ganzen Semesters jede Woche eine Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten statt. Und außerdem bieten die Tutorien für Studienanfänger ein gutes Forum für alle Fragen zur Studienorganisation. Mit den Tutorien geht es dann ab dem 2.11.2020 nach Anmeldung auf Stuttorn los. Sie werden wahrscheinlich jetzt sagen, es gibt aber doch schon Tutorien bei diesem Treffen. Hierbei handelt es sich um kein richtiges Tutorium. Vielmehr geht es nur um ein erstes Treffen mit Studierenden aus höheren Semestern. Und diese Studierenden aus höheren Semestern sind die Tutorinnen und Tutoren. Die Hygienemaßnahmen führen auch dazu, dass Sie im Rahmen des Angebots vor Ort nicht in Ihrer eigentlichen Tutoriumsgruppe arbeiten können, sondern je nach Termin einem Tutor bzw. einer Tutorin zugewiesen sind. In gewissem Maße können Sie das Ganze aber über das Anmeldeverfahren steuern, und zwar indem Sie sich zuerst für ein wöchentliches Tutorium anmelden. Dann kennen Sie den Namen Ihres Tutors bzw. Ihrer Tutorin. Anschließend melden Sie sich dann bei Interesse für die Vororteinführung im Erlanger Juridikum an und können dann einen Termin wählen, an dem Ihre Tutorin bzw. Ihr Tutor tätig ist. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen guten Start in Ihr Jurastudium und bitte zögern Sie nicht, sich auf diesen Kommunikationskanälen an uns zu wenden, soweit irgendwelche Fragen auftreten. Wir sehen uns bald in einem der nächsten Videos wieder. Bleiben Sie bis dahin gesund! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020